Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Ausgehen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Geht aus. Ging aus. Ist ausgegangen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich gehe aus. Du gehst aus. Er geht aus. Wir gehen aus. Ihr geht aus. Sie gehen aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich ging aus. Du gingst aus. Er ging aus. Wir gingen aus. Ihr gingt aus. Sie gingen aus. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin ausgegangen. Du bist ausgegangen. Du bist ausgegangen. Er ist ausgegangen. Wir sind ausgegangen. Wir sind ausgegangen. Sie sind ausgegangen Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich gehe aus Du gehst aus Er gehe aus Wir gehen aus Ihr geht aus Sie gehen aus Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich ginge aus Du gingest aus Er ginge aus Wir gingen aus Ihr ginget aus Sie gingen aus Den Schluss macht der Imperativ Gehe aus Du Gehen aus Wir Geht aus Ihr Gehen aus Sie Das war unser kleines Lernvideo zum Verb ausgehen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald! Gehen aus Untertitelung des ZDF, 2020